Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast zum Thema der Autismus Spektrum Störung von und mit Timo Warnholz. Wir starten sofort ins Thema. Schön, dass ihr da seid. Und so soll es auch sein. Herzlich willkommen zurück nach einer doch gar nicht so kurzen Winterpause. Da musste ich mich ein bisschen sortieren, aber jetzt gibt es wieder regelmäßig neue Folgen von Autismus Kompakt. Und heute habe ich euch gleich eine kleine Highlight-Folge aus meiner Sicht zusammengebaut. Denn es geht um eine Fragestellung, die ich regelmäßig höre und die mir ganz viel begegnet. Nämlich die Frage, was macht eigentlich überdurchschnittlich hoher Medienkonsum mit Kindern? Dann, vor allen Dingen sind hier auch oft alle Kinder gemeint. Und wenn ich zum Beispiel so Seminare zum Thema herausforderndes Verhalten oder Verhaltensauffälligkeiten durchführe, dann frage ich oft nach möglichen Ursachen. Und dann ist eine Sache immer relativ schnell genannt, nämlich Medienkonsum. Und der Medienkonsum, ob es nun über Tablets läuft, über den PC, über das Handy oder die guten alten Videospiele, die wir natürlich hier auch nicht außer Acht lassen wollen, dann wird das oft als sehr negative Energie für Kinder wahrgenommen. Und das mag tatsächlich auf neurotypische Kinder ab einer bestimmten oder ab einem bestimmten Umfeld auch so sein. Man sagt ja so schön, die Dosis macht das Gift. Und Kinder sind sehr motiviert natürlich mit Medien zu arbeiten und deswegen also mit digitalen Medien. Und deswegen können die hier auch sehr sinnhaft eingesetzt werden, aber müssen halt gucken, dass der Umfang passt. Ja, was wird befürchtet bei neurotypischen Kindern, dass zum Beispiel Verhaltensprobleme entstehen, weil die Kinder vielleicht Probleme damit bekommen, ihre Impulse richtig zu steuern oder vielleicht haben sie Schlafstörungen. Oder es führt zu Isolation im sozialen Kontext. Das heißt, die Kinder sind nur noch mit dem Kopf auf ihrem Tablet gerichtet und beschäftigen sich gar nicht mehr mit den umliegenden Dingen und auch nicht mehr mit sozialen Interaktionen. Und auch ein weiteres Thema wäre die Vermutung, die immer mal wieder aufkommt, dass übermäßiger Bildschirmgebrauch die Aufmerksamkeitsspanne und die Fähigkeit zu tieferer Konzentration beeinträchtigen kann. Ja, dementsprechend grundsätzlich so von Eltern und Pädagoginnen ganz oft eine negative Haltung zum Thema. Und das, was viele immer überrascht ist, das, was ich so zum Thema im Kontext Autismus-Spektrumstörung zu sagen habe. Denn hier sehe ich durchaus prozentual viel höhere Wahrscheinlichkeiten für positive Effekte. So, und woran kann das liegen? Das wollen wir uns natürlich jetzt auch mal im Detail angucken. Also erstmal haben natürlich Kinder mit Autismus-Spektrumstörung manchmal Probleme damit, in eine zielführende Kommunikation zu gehen. Und da kennen wir es ja auch, dass ganz viele Systeme eingesetzt werden, zum Beispiel unterstützte Kommunikation, bestimmte Apps, die eingesetzt werden, um dann diesen Kindern eine alternative Sprache zu verleihen. Da sind die Barrieren oft viel geringer, als sie das in Bezug auf soziale Interaktionen in der direkten Ansprache sind. Das heißt, es ist ein viel, viel höherer Aufwand, eine Person anzusprechen, um zum Beispiel ein Bedürfnis mitzuteilen, als das über eine Sprachausgabe-App zu tun. So, und da kennt ihr ja vielleicht die ein oder andere Meta-Talk, wäre etwas sehr Bekanntes in diesem Segment. Und dementsprechend können hier bestimmte Apps dazu führen, dass autistische Menschen sehr in die Selbstwirksamkeit kommen. Also zum Beispiel mit anderen kommunizieren können, ihre Bedürfnisse adäquat mitteilen können. Und das ist schon mal eine sehr positive Energie. Und vieles in dieser Betrachtung, in der Negativbetrachtung, können wir tatsächlich umdrehen, wenn wir uns zum Beispiel Dinge angucken, wie das oft behauptet wird, dass viel Gebrauch von digitalen Medien die soziale Interaktion einschränkt. Sollte es aber hier um zum Beispiel Spiele gehen, die so auf Multiplayer-Ebene stattfinden oder auch eine Chat-Funktion haben, dann ist es für autistische Kinder oft eine gute Möglichkeit, überhaupt erst in soziale Interaktion zu kommen, indem sie halt sich über dieses Medium hinaus mit anderen Kindern austauschen oder auf Grundlage dieses Mediums. Also könnten wir hier ein Häkchen bei dem positiven Effekt machen. Ja, und dann gibt es noch viele andere Themen, die hier eine Rolle spielen. Zum Beispiel könnten wir Lernprozesse gut fördern über die Nutzung von Tablets, bestimmten Softwareformaten. Da besteht nicht nur bei neurotypischen Kindern, sondern natürlich auch bei Kindern mit Autismus eine gesteigerte Motivation, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, man hat hier wieder einen positiven Effekt, der nennenswert ist. So, und eine Sache, die mir immer noch relativ klar im Vordergrund steht, ist der Umgang mit den Reizen. Denn wir haben ja bei autistischen Kindern oft das Problem, dass sie vollkommen überfordert sind und in der Reizverarbeitung und mit den ganzen umgebenden sensorischen Reizen oder Wahrnehmung gar nicht so gut klarkommen, weil sie halt nicht priorisieren können, welche Wahrnehmung jetzt besonders wichtig ist oder wo es sich lohnt, mal was wahrzunehmen und was man einfach auch problemlos weglassen kann, ohne dass es irgendeinen negativen Einfluss hat. So, das heißt, wir könnten jetzt hier das Tablet zum Beispiel nutzen oder ein Computerspiel. Und wenn wir Kinder dabei beobachten, also Kinder aus dem Autismus-Spektrum, wie sie sich damit beschäftigen, dann nehmen wir Folgendes relativ schnell wahr, nämlich, dass die Kinder plötzlich so etwas wie einen Fokus ausrichten. Das heißt, die Fähigkeit, sich auf etwas zu konzentrieren, wird durch die Motivation und durch den Spaß auch an der Sache oder den leichteren Zugang auf dieser Ebene deutlich gefördert. Und schon können sich die Kinder nicht nur mal eine Zeit lang auf etwas konzentrieren, sondern der viel wichtigere Effekt ist, sie können auch die Umgebungsreize ausschließen. Das heißt, wir könnten hier von so der Begrifflichkeit Hyperfokus vielleicht sprechen, die wir ja auch bei Kindern mit ADHS ziemlich deutlich kennen. Und dementsprechend könnte man sagen, es ist so eine Art Selbstregulation sogar, sich hier mit Medien zu beschäftigen. Und dementsprechend schaffen die Kinder es hier, psychische Beanspruchungszustände runterzuregeln. Und das kann tatsächlich sehr angenehm sein, denn wenn den ganzen Tag starke Wahrnehmungsreize aufs Gehirn einprasseln, führt es ja dann auch unter Umständen zu Überforderungen, wie zum Beispiel den bekannten Prozessen Overload oder Meltdown oder auch einem Shutdown. Das habe ich euch ja alles schon in anderen Podcast-Folgen erzählt. Und dementsprechend ist es hier vielleicht sogar ein guter Schutzfaktor, sich mit digitalen Medien zu beschäftigen. Und deswegen möchte ich hier auch mal nochmal ganz deutlich formulieren, dass es deswegen keine negative Bewertung geben sollte in diese Richtung. Viele Eltern auch von autistischen Kindern berichten ja, dass die Kinder sich vollkommen entspannen können am Tablet und trotzdem die Erwirkung auf dritte Person oft negativ ist. Das heißt, dass mit diesen ganzen, naja, durchaus ja auch korrekten Ideen dazu, was digitale Medien alles so anstellen können in kleinen Kindergehirn, dann davon ausgegangen wird, dass das grundsätzlich alles genauso auch auf Kinder im Autismus-Spektrum zutrifft. Aber das ist halt in vielen Fällen nicht das Thema. Also, bevor ihr jetzt die digitalen Medien in Bezug auf autistische Kinder als negativ einstuft, macht euch Gedanken darüber, wie die so werken können. Denn hier ist es tatsächlich so, dass die oft eine sehr, sehr abmildernde Wirkung haben auf das Thema Wahrnehmungsverarbeitung, psychischen Stress und sorgen dafür, dass die Kinder sich regulieren können, indem sie sich einfach mal auf etwas fokussieren können. Und das können sie ja ganz oft nicht. Und auch wenn sie sich anstrengen, ist das oft ein schwieriges Thema. Und dementsprechend, ja, kann ich unterm Strich nur sagen, nicht immer gleich negativ bewerten, sondern guckt mal erstmal, was für positive Energie das auf die Kinder hat. Und mit diesem Gedanken lasse ich euch jetzt einfach mal alleine. So, und das war es jetzt für heute. Und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut. Und besucht mich gerne auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere. Und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.